so willkommen zurück und dort der Volkjörn im Moment ist die ganze Welt in WM Fieber hier ah nein Alter ich sehe nichts das ist schlecht Hilfe ich sehe nichts so ich habe schon mal die ball leichte hallo bild ich sehe ich sehe was da will er einmal was testen und schon geht das spiel los dann drücke ich auf eine falsche taste und dann drücke ich nochmal dann hört er gar nicht auf damit dann ne scheiß ding ob der war gut schön dazwischen oh Ribéry ah jawoll nein ja wild stark oh schön ah hier haben wir kurz war Spieler der WM also Torhüter der WM kein Spieler der WM das war ein schlechter dem belay ist aber nicht der Usmann dem belay denn der ist Horst Rousseau das weiß schön schön alter wartet die Flanke oh was für eine Flanke scheiße hätte sie nur kurz nach oben gespielt auf äh ja den hab ich so schnell gar nicht gesehen so stark ah nein schwach wo war doch keiner nee also so 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 ein hoher hoch und dreieck weißt du ach 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 so alter jetzt läuft er mit dem verteidiger denn damals wir müssen kriegen man da ist mit dem verteidiger draußen auf geht die leute ja nicht übernommen ehrlich okay schade aber im Endeffekt uuuh uuuh ooooh schade der ist einfach uuuh uuuh opa ja komm wo solltet nein der war ja sehr optimistisch ja der war auch nicht für ihn gedacht aber auch gut wir haben noch ein paar zentrale weißt du aber die wollten grad ja ja oh neufakt oh gott okay das hat wahrscheinlich selbst nicht mitgerechnet ne aber ich habe er ja war schön gedrückt hätte man vorwählen können ja eigentlich eigentlich stark oh Gott kann man nicht anders auch Gott ich dachte er kommt angerannt nehmen wir oh jawohl schade ich hab's ein bisschen ja Mitte ist keiner fragt ein Mann runter ne und so macht er die das sind ehrlich und jetzt müssen wir zurück warte ich bleibe nehmen Nein Oh Lüchse jawohl Ma blut blut los neuer ja wunderbar oh ich schick noch ein zweiter wenn du kannst ja warte 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 geh runter geh runter ja ja hättest du direkt runterlaufen müssen um da den Raum zu schaffen ja weil ich da ja ist okay weil ich lauf halt rein mit einem Mann im Gedanke weißt du und da denk ich okay jetzt mach das vielleicht und dann dein Gedanke dann komm ich nicht so schön zurück NICHE 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 und so hättest du von da haben wir noch runterlaufen können wo ist denn der Eckenmann oder warte du was ich komm mir nicht weg ich komm mir durch nicht weg jetzt wo bist du uns wow sauber oh der guck oh schade oh schitz da wär Platz für den Konter Alter oh bleib dran ich sag einfach die zweite Wecke ja oh stark oh schön schöner Feber als die scheiß anzeige da oben ich gerade nicht alter das wäre gewagt so weit weg er kommt da noch ein okay aber steige flanke jetzt rein ich bin nicht nein das spiel früher man was ist das denn jetzt hier ja nicht zum ball 50 50 ich bin nicht rot ne alter rot wäre jetzt übertrieben gewesen aber war schon ordentlich irgendwie krimmisch der Schiri guckt und er verdient ja gut von da ok aber der macht nicht ah ob noch schneller da jawohl aber jetzt lauf selber das ist doch nicht wahr da in der mitte so auch noch einer die jungs die jungs sind auf jeden fall machbar ja diese machbar aber wenn unsere jungs einfach mal einpassen würden wo wir wollen wollen sie nicht auf egal aber wie du sagst sie sind machbar mhm drei punkte sind drin aber jetzt kommt die berühmte 2 derzeit so wir haben ein schuss aber so man geht schon so los gefährlich jetzt guter vorteil entschieden für die bayern weil die waren alle nicht zum ball ja ehrlich ich weiß nicht was das hier sein soll aber oh und dann dahin mach doch doch alles boah der war stark jawohl so was passen ne zum glück ging der grad oh dann da hoch meine fresse ehrlich so kommt der chance vielleicht jetzt ist das nicht wahr sein heiit boah alter na uff ja super warte 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 gewinn warte august nein ich warte nee wir sollen invent das ist auch das ist das kann es doch nicht riechen, Mann. Oh, drauf das Ding! Jawoll! Vor allen Dingen, ey! Thiago! What the fuck, ey! Alter! Ich liebe diese Tore, ne? Alter! Stark! Mit Thiago. Genau, der kann das, ey. Ja. Ja. Bei dem Tor hat er Glück. Geil hier! Und seit die Latte gesäbelt. Da brauchen wir keine Tore, die wir Technik. Ne. Seit langem... Seit langem... Seit langem mal wieder so ein Tor mit Thiago von nach der Ecke. Ja. So, ich bin gegen Ryan... Wie Hasen? Charlie! So, ja. Äh... Ja. Sehr gut. Endlich ein Tor, ne? Meine Güte. Ehrlich. So, jetzt haben wir einen 2-Tor zu machen. Ja. Na genau. Stadion, Olympeak. Wichtiger Treffer für die Bayern. 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 Raus. Carrasco. Carrasco. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Was? Ich wollte sagen, wo ist meine Minutenanzeiger, aber da ist er jetzt. Äh. Carrasco. Ah. Stark. Ähm. Okay. Da hätte ich vielleicht runter spielen sollen. Stark. Ah. Da hätte ich doch bald wieder weg. Ja, da kam ich gar nicht zum... Oh. Schon gedrückt dabei. War noch dazwischen. Ah. Oh. Oh. So nicht. Alter. Mach hoch. Ja. Perfekt. Ey. Mann. Das darf doch nicht wahr sein. Kimmich. Oh. Boah. Der soll... Zu Command sollte der hoch. Ich drück ganz normal oben und schicken, ne? Nein. Mann, der wackelt. Ja, stark. Oh, der war wichtig. Oh. Der war sowas noch wichtig, ey. Und Lewandowski. Da wäre jetzt viel Platz für den Konter. Die Bayern über die Seite jetzt. Jawohl. Oh nein. Oh, shit. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Neu! Alter, weiter abgefälscht. Oh. 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 Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. endlich das ist so ernst dieser das ist doch nicht dann wir so wie den so blöd so eine mini flanke weißt du jetzt sind heute auch gleich in die arme spielen können ja so ich schicke mal herum ist bisher also allerweise auf jeden fall und komplett eine ergeblich ist das ok pro alter was überweist mut der kraft ja 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 das ist ja mit den mitteln nehmen wenn ich an so keine ziel jugend hier ja das start wieder flitze ja hier noch abzieht auch für uns sogar spielmitte ja schade ja sowas hast du jawohl jawohl die drückt da noch unter dem torwart durch schießt hat jemand ecke kommen ecke legt er sich den ball wieder so auf und dann alter was für ein geiles dinge wo ich bin mal bilder haben es ja das ist das so auch am jetzt muss raus ja schade ne alter der aus von gefasst neue und natürlich wieder dahin wo weg ist der wahl die bayern im vorwärtsgang jetzt haben sie auf sicherheitsspielen ja schön wobei alles kölnke wäre es auch ok der war der kommt abwohl jawohl schick jawohl sauber komm 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 uuuh schön 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 das war ein bilderbuch kommt da ein ja ehrlich so jetzt rein das ding komm komm rein uuuh uuh schade ja ooooh schön 1 0 reich äh mann 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 hat er endlich mal wieder ein sieg also ein sieg nach 90 minuten ja ehrlich der zweite in folge ne brauchst du mit oh was jetzt noch ein spiel und wir erhalten liga 2 was das denn so fast ja wohl auch zeit er jetzt mal ernsthaft also hier indem ich die letzten zwei spielen waren wir gar nicht mal so schlecht ja so sehr schön wir haben wieder gewonnen sehr gut sehr gut sehr gut sechs punkte eingefahren ja ich meine sechs in den letzten beiden wir haben jetzt schon neun und ja leute seid gespannt ob wir in der nächsten folge die klasse halten ich hoffe es ja ne denn dann hätten wir ja noch vier spiele wenn wir jetzt das nächste gewinnt hat mir noch vier spiele zeit ja davon zu gewinnen da kann man ja schon weiter genau aber erstmal ein sieg muss nachher hier neuer kleinzeit also das ganze in der nächsten folge ist raus auf Goals! Goals! Thiago! Da ist das Tor! Aber ein bisschen Glück war mit dabei! Zuspieler Promet! Er kann abwehren! Möller! Klasse! Lewandowski mit der Chance! Er geht da! Er geht da! Er geht da! Er geht da! Er geht da!